Die häufige Frage, wie lernt man Kurzschrift, ist ganz einfach zu beantworten, indem man sagt, möglichst wenig zu schreiben. Zum Beispiel Groß- und Kleinschreibung unbeachtet zu lassen, getrennt Zusammenschreibung unbeachtet zu lassen. Selbst Dehnungslaute wie ein H in dem Wort Kohlen würde ich nicht mitschreiben. Man schreibt nur K-O-L-E-N. Man weiß beim Wiederlesen, was gemeint ist. Außerdem bringt der Lernende einen gewissen Anteil an Vorkenntnissen mit, denn Teilzüge der geläufigen Langschriftbuchstaben finden sich auch in der Kurzschrift wieder. Ein Beispiel für Teilzüge aus der Langschrift. Sehen wir zum Beispiel ein großes gedrucktes R. Dann ist in der Kurzschrift nur dieser Querstrich von dem R das Zeichen, was wir verwenden. Nehmen wir ein lateinisches M. Ist nur dieser letzte Bereich das kurzschriftliche M. Und wenn ich ein gedrucktes T nehme, was ein sehr häufiger Buchstabe ist und der ganz einfach diesen Strich hat, dann ist der übrig geblieben bei der Kurzschrift. Das ist eine Seite zum Thema, wie erreiche ich Kürze. Ob ich jetzt das Wort Kohlen, ich schreibe es erstmal langschriftlich hin, kurzschriftlich kleinschreiben würde und ohne das H führt zu keiner Verwechslung bei der späteren Wiedergabe, denn sie sprechen das Wort richtig und ergo ist es ein leichtes, es in der Reinschrift später wieder als Kohlen, großgeschrieben, zu transkribieren, wie ein Fachausdruck dafür lautet. Die häufige Frage, wie erreiche ich Kürze, ist auch über die Antwort, ja für die allerhäufigsten Wörter der jeweiligen Sprache, nehmen wir die deutsche Sprache, ist es die am häufigsten vorkommenden Wörter mit eigenen Zeichen, fachlich als Kürzel bezeichnet, zu schreiben. So bleibt aus dem ganz häufigen Wörtchen, ist lediglich der Punkt von dem i übrig und für das nächste Wort und verwende ich nur einen waagerechten Strich. Der ist allerdings etwas höher gestellt und da komme ich auch zu einer Möglichkeit der grafischen Gestaltung, dass ich durch die Stellung der Zeichen schon einen Hinweis gebe, hoch oder tief in der Lautwiedergabe. Das kann ich zum Beispiel an dem Wort tief gut erklären. Tief hat ein hohes i langgezogen in seinem Wort und die Hochstellung des t würde jetzt ein Indiz sein, dass ein i folgen soll. Und bei einer Tiefstellung in u bei Mutter oder Butter stelle ich das t aus der Wortmitte entsprechend tief. Das sind also grafische Möglichkeiten, Kürze zu erreichen und weder ein ie noch ein u als Buchstaben schreiben zu müssen. Und bei einer Tiefstellung in der Tiefstellung in der Tiefstellung in der Tiefstellung,